Kellerautomaten in der Form, in der wir sie bisher kennengelernt haben, sind ja sehr nicht deterministisch, nicht wahr? Wir haben sie als nicht deterministische Automaten definiert und wir haben auch schon angedeutet, dass durch die komplizierten Kelleroperationen, die diese Automaten ausführen können, es auch noch verschiedene andere Quellen für nicht deterministisches Verhalten bei diesen Automaten gibt. Und es ist jetzt naheliegend, natürlich zu fragen, ob wir nicht auch deterministische Kellerautomaten definieren können und was man erhält, wenn man das versucht. Wir werden das heute tun in diesem kurzen Video und wir werden sehen, dass die Ergebnisse, die wir da erhalten, doch ein ganzes Stück anders sind als das, was wir von nicht deterministischen und deterministischen endlichen Automaten her schon kennen, wo wir ja festgestellt haben, dass diese beiden Formen im Prinzip äquivalent sind. Wenn auch mit einigen Unterschieden in der Effizienz der Darstellung in manchen Fällen. Bei deterministischen Kellerautomaten wird das Bild dagegen eher anders aussehen. Mein Name ist Markus Krütsch. Willkommen zurück zur Videoreihe über formale Sprachen und Automaten an der TU Dresden und anderswo. Vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, woher Sie gerade hier dieses Video anschauen. Deterministische Kellerautomaten. Wo liegt eigentlich das Problem? Zum einen natürlich darin, das hatte ich schon mal angedeutet, dass es bei dieser Art von Automaten verschiedene Quellen für Nicht-Determinismus gibt. Einerseits hatten wir natürlich die ganze Übergangsfunktion als nicht deterministisch definiert, so wie wir das auch bei den endlichen Automaten schon kannten. Das heißt, es gibt für eine Situation, eine Konfiguration, in der sich der Automat befinden kann, mehrere Möglichkeiten. Die Übergangsfunktion selbst kann schon eine Menge von Möglichkeiten zurückliefern. Das ist aber nicht der einzige Grund für Nicht-Determinismus. Ein zweiter Grund für Nicht-Determinismus bei Kellerautomaten ist, dass wir Epsilon-Übergänge ganz unterschiedlicher Arten zulassen. Und ein Epsilon-Übergang ist im Prinzip ja ein Übergang, der einen Teil der Konfiguration, in der sich der Automat gerade befindet, einfach ignoriert. Wenn ich ein Epsilon bei dem Eingabezeichen schreibe, dann bedeutet das nur, dass das Eingabezeichen an dieser Stelle nicht relevant ist. Es wird nicht verarbeitet. Für jedes beliebige Eingabezeichen ist der Übergang zulässig. Und ähnlich kann ich es auch bei den Symbolen machen, die vom Stack gelesen werden müssen. Wenn ich Epsilon-Schreibe, lese ich nichts vom Stack. Das heißt, ich stelle keine Bedingungen an den Inhalt des Stacks. Und dadurch kann es passieren, dass in einer bestimmten Konfiguration mehrere Dinge möglich sind, selbst dann, wenn die Übergangsfunktion immer nur einelementige Mengen liefert. Nicht vergessen wollen wir es, den man hier noch auf der Folie, dass es auch mehrere mögliche Startzustände geben kann. Was natürlich auch beim nicht-deterministischen Automaten so. Was ich gerade gesagt habe, über Epsilon-Übergänge ist der dritte Punkt hier. Und ich habe auch gleich ein Beispiel dazu. Nehmen wir an, es gibt die Übergangsfunktion Delta und sie liefert uns für einen Zustand Q, bei einem Epsilon hier, also ohne ein Input-Symbol zu verarbeiten. Und beim obersten Keller-Symbol A die Ausgabe Pb. Also wir wechseln zum Zustand P und schreiben B auf den Keller. Und wir haben außerdem den Wert für Q mit Eingabezeichen A und Epsilon. Also wir lesen nichts vom Keller. Der RC wäre. Dann gibt es an dieser Stelle schon zwei mögliche Übergänge. Nämlich, wenn ich in Zustand Q bin und gleichzeitig das Symbol A am Input A liegt und das Keller-Symbol A auf dem Keller oben zu finden ist. Denn dann könnte ich entweder diesen ersten Übergang nutzen oder diesen zweiten. Und das ist also offenbar nicht deterministisch, obwohl die Übergangsfunktion hier nur einelementige Ergebnisse liefert. Das heißt, mit anderen Worten, die einfache Idee, die wir von endlichen Automaten her hatten, dass man einfach die Übergangsfunktion nicht auf Mengen von Möglichkeiten abbilden lässt, sondern einfach nur auf genau ein Element abbilden lässt, die reicht nicht aus, um wirklich deterministisches Verhalten hier zu erzeugen. Das heißt, wir müssen deterministische Kellerautomaten irgendwie noch weiter einschränken, um dieses Problem zu beheben. Aber Epsilon-Übergänge ganz zu verbieten, das wäre zu viel. Da würde man die Ausdrucksstärke, die Möglichkeiten, die ein solcher Automat hat, zu stark einschränken. Also noch stärker als mit dem, was hier ohnehin schon passieren wird. Das heißt, wir wollen Epsilon-Übergänge erhalten, aber wir wollen keine nicht-deterministischen Epsilon-Übergänge. Und wie können wir das schaffen? Im Prinzip, indem wir die Situation, wie sie hier im Beispiel ist, ausschließen. Die muss verboten werden. So eine Mehrdeutigkeit, dass man in einer Konfiguration sein kann, in der mehrere mögliche Dinge eintreten, die muss ich ausschließen in der Definition. Das machen wir jetzt und Sie sehen das Ergebnis hier in dieser Definition für deterministische Kellerautomaten. Das wird auch als DPDA, Deterministic Pushdown-Automaton, bezeichnet. Das ist einfach ein Kellerautomat mit den üblichen Bestandteilen. Also ein Sechstupel hier, wie wir das schon kennen. Neu ist, dass wir hier keine Menge von Startzuständen haben, sondern nur einen einzelnen. Das ist natürlich nötig für den Determinismus. Die anderen Grundbestandteile sind erstmal so, wie wir sie kennen. Zustandsmenge, Eingabe, Alphabet, Keller, Alphabet, Übergangsfunktion. Die Übergangsfunktion ist jetzt keine Funktion mehr, die auf eine Menge abbildet, sondern sie bildet nur noch auf ein einziges Element ab. Und wir definieren sie als partielle Funktion, damit sie die Möglichkeit hat, auch auf nichts abzubilden. Das hatten wir ja auch bei den endlichen Automaten schon so eingeführt. Also das ist im Prinzip die einfache Lösung, wenn man erlauben möchte, dass in bestimmten Fällen der Automat nicht mehr weiter weiß, also nichts tun kann. Dann sagen wir, das ist eine partielle Funktion. Dann gibt es eben keinen Wert für diese Fälle. Ansonsten gibt es immer genau einen Wert und niemals mehrere. So weit, so gut. Das wäre bei den klassischen endlichen Automaten schon genug gewesen, um Determinismus zu erreichen. Aber wegen der Epsilon-Übergänge müssen wir hier weiter noch fordern, dass für alle Zustände Q, alle Zeichen A und alle Keller-Symbole A jeweils nur eines der folgenden definiert ist. Das heißt, wir haben diese vier verschiedenen Formen hier. Die Übergänge, die ich wählen kann, wenn ich in Zustand Q Eingabezeichen A lese und Keller-Symbol A lese. Die Übergänge, die ich wählen kann, wenn ich in Zustand Q Eingabezeichen A lese und nichts vom Keller lese. Die Übergänge, die ich durchführen kann, wenn ich in Zustand Q nichts aus dem Input lese und vom Keller das A lese. Und die Übergänge, die ich in Zustand Q spontan ausführen kann, ohne Input oder Keller anzuschauen. Und all diese Möglichkeiten zusammengenommen dürfen nur eine einzige Auswahl lassen, müssen deterministisch sein. Und das heißt, nur eins davon darf definiert sein. Also die Gesamtzahl der Paare, die in der Situation Q, A, A in der Konfiguration oder in einer Konfiguration, bei der das die vordersten und obersten Zeichen jeweils sind, möglich sind. Diese Gesamtzahl sollte eins sein, auch wenn es vier mögliche Input-Parameter gibt, die man hier anwenden könnte, um etwas zu finden. Okay, also ich hoffe, das ist recht nachvollziehbar, dass wir das so einschränken. Wie gesagt, es gibt nur einen Startzustand, auch das sollte klar sein. Und es gibt weiterhin eine Menge von Endzuständen, denn das hat ja nichts mit der Ausführung zu tun, dass es da eine Menge gibt, der Lauf selbst kann weiterhin deterministisch sein. Die Menge von Endzuständen ist ja erst von Bedeutung, wenn ich am Ende schaue, ob ich jetzt akzeptiert habe mit dem Lauf oder nicht. Das beeinflusst also nicht den Determinismus der Abarbeitung selbst. Okay, so definieren wir das, DPDAs, deterministische Kellerautomaten, alles klar. So, was kann man jetzt mit solchen deterministischen Kellerautomaten machen, was kann man nicht mit ihnen machen? Die erste Intuition erhalten wir ganz gut aus, indem wir mal ein paar Beispiele anschauen, auch Beispiele, die wir nämlich schon in früheren Videos gesehen haben. Der obere Automat, den kennen Sie bereits, das ist der Automat für a hoch i, b hoch i. Als Sprache, ja, ich lese a's und irgendwann lese ich b's und dann lese ich die b's und hoffentlich gelingt es mir damit, genau die a's, die ich auf den Stack geschrieben habe, während ich a's gelesen habe, wieder abzubauen und am Ende das Zeichen s ganz unten am Stack zu finden. Dann ist akzeptiert. a hoch i, b hoch i. Das ist deterministisch. Das ist auch intuitiv, dass das deterministisch ist, nicht wahr? Wenn Sie ein Wort der Form a hoch i, b hoch i von links her Zeichen für Zeichen lesen möchten, dann müssen Sie dabei nicht raten. Sie sehen jedes Zeichen vor sich und wissen an jeder Stelle der Abarbeitung, wo Sie gerade sind, ob noch akzeptiert werden kann oder ob es vielleicht nicht mehr möglich ist, zu akzeptieren. Da gibt es keine Unsicherheiten in der Abarbeitung. Wir hatten sogar schon mal einen Pseudocode-Algorithmus für diese Sprache aufgeschrieben. Der war auch deterministisch. Da gab es ein paar If-If-If-Bedingungen, die aber alle ganz klar immer nur eine Möglichkeit für den nächsten Schritt zuließen. Dagegen ist der untere Automat hier kein deterministischer Kellerautomat. Was ist das für ein Automat? Den kennen Sie auch noch. Das ist ein Automat, der gradzahlig lange Palindrome erkennt. Das heißt, wir lesen eine Kette von As und Bs und wir versuchen dann, die gleiche Kette von As und Bs rückwärts geschrieben im zweiten Teil des Wortes zu finden. Warum ist das nicht deterministisch? Naja, wenn Sie von links her lesen, wissen Sie im Vornherein nicht, wie lang das Wort sein wird. Und das bedeutet, Sie wissen nicht, wann der zweite Teil des Wortes überhaupt beginnt. Und es gibt einen nicht deterministischen Schritt, den Sie machen können zu jeder Zeit. Nämlich, dass Sie sagen, jetzt glaube ich, habe ich den ersten Teil gelesen. Ab jetzt möchte ich nicht mehr in den Stack reinschreiben, sondern ich möchte wieder abarbeiten. Und wenn mir das gelingt, habe ich hoffentlich genau den Stack abgearbeitet, wenn das Wort dann tatsächlich zu Ende ist. Aber das wissen Sie vorher nicht. Und dieser nicht deterministische Übergang ist also genau dieser Übergang hier, wo nur Epsilon steht. Es wird nichts geschrieben, es wird aber auch vor allem nichts gelesen. Und wenn so ein Übergang möglich ist in einem Zustand, der überhaupt nichts liest, also ein spontaner Übergang, dann darf es nicht auch noch andere Übergänge geben, die in bestimmten Situationen anwendbar sind. Denn sonst hat man immer die Wahl, was mache ich jetzt zwischen den beiden. Das ist also nicht deterministisch. Und Sie können auch sehen, dass, wenn Sie wirklich so beschränkt sind, dass Sie immer nur ein Zeichen von links her lesen können und noch nicht wissen, wie viele Zeichen es geben kann, dann ist es tatsächlich auch ein nicht deterministisches Problem, was Sie hier lösen wollen in gewisser Weise. Also Sie sehen schon, auch wenn Sie irgendwie in einer Programmiersprache Pseudocode aufschreiben sollten oder konkreten Code, der dieses Problem implementiert, hätten Sie das Problem, dass Sie nicht wissen, wo die Mitte des Wortes ist. Natürlich könnten Sie beim Implementieren in einer Programmiersprache Datenstrukturen verwenden, die Ihnen das Problem lösen. Also zum Beispiel könnten Sie das Wort erst mal einlesen und in einer Liste speichern. Dann wüssten Sie, wie lang das Wort ist und dann könnten Sie diese Liste abarbeiten. Aber das wäre dann eben kein Kellerspeicher, sondern eine andere Art von Speicher, den Sie benötigen würden, um diese Liste dann auf diese Palindromeigenschaft zu prüfen. Oder Sie würden noch einen Keller brauchen, wenn Sie das Wort dann wirklich abarbeiten, nachdem Sie es im ersten Durchlauf nur gespeichert hätten. Es funktioniert also nicht mit einem einfachen Kellerspeicher in irgendeiner offensichtlichen Art und Weise. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht funktioniert. Vielleicht fällt uns nur nicht ein, wie man es am besten anstellen könnte, aber wir können hier schon erst mal berechtigte Zweifel haben, dass das überhaupt möglich sein kann, wenn wir uns überlegen, wie diese Sprache funktioniert. Okay. Das also zwei Beispiele für deterministische und nicht-deterministische Automaten. Es stellt sich jetzt heraus, dass, wie ich es schon ein paar Mal angedeutet habe in dem Video, die deterministischen Kellerautomaten nicht äquivalent sind zu den allgemeinen Kellerautomaten, die nicht-determinismus zulassen. Es ist also nicht so wie bei den ähnlichen Automaten, dass diese Automaten im Prinzip das Gleiche beschreiben, also auch die kontextfreien Sprachen, sondern es gibt hier eine eigene Sprachklasse, die man naheliegenderweise deterministisch-kontextfrei nennt. Also eine Sprache ist deterministisch-kontextfrei, wenn sie durch einen deterministischen Kellerautomaten akzeptiert wird. So hätten wir natürlich auch die deterministisch-regulären Sprachen definieren können, aber da haben wir ja festgestellt, die deterministisch-regulären Sprachen sind einfach die regulären Sprachen. Hier hat diese neue Sprachklasse dagegen ihre Berechtigung und ist wirklich etwas anderes als die kontextfreien Sprachen allgemein. Klar ist aber trotzdem, dass natürlich jede deterministisch-kontextfreie Sprache auch kontextfrei ist, schon deshalb, weil ein deterministischer Kellerautomat einfach ein Sonderfall von einem Kellerautomat ist. Die mathematische Definition mit einer partiellen Funktion als Übergang ist natürlich etwas anders, aber man kann sehr leicht sehen, wie man in der allgemeinen Definition für Kellerautomaten mit den Mengen anstatt des partiellen genau diese partielle Funktion auch gut darstellen könnte. Da müsste man einfach einelementige Mengen nehmen, falls ein Wert gesetzt ist. Und auch die einelementige Startzustandsmenge können Sie in einem normalen Kellerautomaten darstellen, wenn Sie mögen. Das heißt, Sie haben leicht einen Kellerautomaten gefunden, der das deterministische Verhalten abbildet. Das heißt, zumindest sind wir sicher, dass die deterministisch-kontextfreien Sprachen in den kontextfreien liegen und nicht irgendwie etwas Neues, Zusätzliches einbringen, was wir bisher nicht konnten. Okay. Wie gesagt, die Umkehrung der Aussage, dass deterministisch-kontextfrei kontextfrei impliziert, gilt nicht. Satz, die deterministisch-kontextfreien Sprachen bilden eine echte Untermenge der kontextfreien Sprachen. Mit anderen Worten, es gibt kontextfreie Sprachen, die nicht deterministisch sind. Und das müssten wir, um es besser zu verstehen, vielleicht noch beweisen. In dem Fall ist es vielleicht sogar ein bisschen leichter, das zu beweisen, als wenn man jetzt behaupten würde, das wäre gleich. Sie erinnern sich, bei den deterministischen Automaten für reguläre Sprachen, da mussten wir eine Konstruktion finden, um zu zeigen, dass alles Nicht-Deterministische auch im Deterministischen machbar ist. Das war diese Potenz-Mengen-Konstruktion. Und hier müssen wir nichts derart Allgemeines aufstellen. Es reicht, wenn wir eine einzige Sprache finden, die nicht deterministisch-kontextfrei, aber kontextfrei ist. Okay. Aber auch das ist nicht so leicht, wenn man zeigen will, dass eine Sprache nicht in einer bestimmten Klasse liegt. Das hatten wir schon besprochen. Da muss man sich zum Teil sehr anstrengen. Man braucht vielleicht spezielle Werkzeuge. Man muss die Klasse erstmal sehr gut verstehen, damit man irgendeine Art von Erkenntnis hat, die einem erlaubt, zu sagen, dass etwas nicht in dieser Klasse ist. Einfach nur keinen Automaten zu finden, der die richtige Sprache akzeptiert, reicht ja natürlich nicht aus. Wir müssen schon irgendein stichhaltigeres Argument bringen. Und um das hier zu überwinden, dieses Problem, verwenden wir eine nette und praktische Eigenschaft von deterministischen kontextfreien Sprachen. Nämlich die Tatsache, dass sie abgeschlossen sind unter Komplement. Denn das ist ein wichtiger Unterschied zu den kontextfreien Sprachen allgemein. Da haben wir ja festgestellt, die sind eben nicht unter Komplement abgeschlossen. Aber hier bei den deterministisch-kontextfreien Sprachen haben wir so einen Abschluss. Das heißt, wenn eine Sprache deterministisch-kontextfrei ist, dann ist auch ihr Komplement deterministisch-kontextfrei. Die Beweisidee ist im Prinzip genau die gleiche, die Sie schon kennen von den endlichen Automaten bei den regulären Sprachen. Aber wir müssen lediglich die akzeptierenden und die nicht akzeptierenden Zustände vertauschen. Da der Ablauf deterministisch ist, zumindest so die Intuition, sollte ja bei Einlesen eines Wortes immer ganz klar definiert sein, in welchem Zustand wir letztlich abschließen. Und dann müssen wir nur noch schauen, ob dieser Zustand nun ein Endzustand ist oder nicht. Und wenn wir die Endzustände mit den Nicht-Endzuständen vertauschen, dann ändert sich dieses Ergebnis genau komplementär. Und wir würden erwarten, das Komplement zu erkennen. Geht auch im Prinzip, aber es gibt ein paar technische Dinge, die ich hier nur ganz, ganz, ganz klein gedruckt auf der Folie anbringe, um sie mal erwähnt zu haben, ohne dass ich das im Detail ausarbeiten möchte. Denn ganz so leicht ist es dann doch nicht. Das erste Problem ist, dass ein deterministischer Kellerautomat auf zwei verschiedene Arten ablehnen kann ein Wort. Die erste Art ist die, die wir gerade in der Diskussion hier betrachtet haben. Es könnte sein, er endet in einem Zustand, der kein Endzustand ist. Und dann würden wir mit Vertauschung der Endzustandseigenschaft das richtige Ergebnis erreichen. Es kann aber auch das zweite eintreten, nämlich, dass die Eingabe nie gelesen wird. Und das ist möglich, weil wir ja Epsilon-Übergänge haben. Das heißt, wir können Übergänge durchführen, bei denen nichts verarbeitet wird aus der Eingabe. Und wenn wir eine Schleife haben, die solche Übergänge zulässt im Zustandsgrafen, dann ist es möglich, einen endlosen Lauf zu erzeugen. Einen unendlichen Lauf, der nie zum Ende kommt, der auch nie das ganze Wort verarbeitet haben wird, aber der auch keinen definierten Endzustand hat. Der bewegt sich immer im Kreis zwischen Zuständen, die mit Epsilon-Übergängen erreichbar sind. Und dann nützt es nichts, dass wir irgendwas vertauscht haben. Dieser Lauf wird immer noch im Kreis gehen, auch wenn wir die Endzustände neu definieren. Das heißt, man muss diesen Fall, dieser Endlosschleife ausschließen. Das kann man, da muss man ein bisschen umformeln, muss Automaten, die solche Endlosschleifen haben, etwas umgestalten, dann geht das. Das zeige ich Ihnen nicht im Detail. Der zweite, auch vielleicht etwas überraschende Grund ist, dass der endgültige Endzustand eines deterministischen Kellerautomaten doch nicht ganz so deterministisch ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte. Nämlich, wenn nach dem vollständigen Einlesen des Wortes eine Folge von Epsilon-Übergängen entsteht. Dann heißt das, der Automat führt noch mehrere Übergänge durch, bevor er irgendwann abschließt, ohne dass diese Übergänge irgendetwas aus dem Input als Vorbedingung benutzen. Das heißt, der Automat kann frei entscheiden, wie weit er noch gehen will, wie viele weitere Epsilon-Übergänge noch durchgeführt werden sollten, bevor er dann den Lauf endet. Und wenn diese Folge von Zuständen, die man also mit solchen Epsilon-Übergängen am Ende des Laufes durchlaufen kann, unterschiedlichen Status hat bezüglich ihrer Endzustandseigenschaft, also wenn es da einige Endzustände gibt und einige Nicht-Endzustände, dann wird das Komplementieren der Endzustandseigenschaften nicht den gewünschten Effekt haben. Weil dann haben sie in dieser letzten Kette immer noch einige Endzustände und einige Nicht-Endzustände. Und die können immer noch akzeptieren, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt die Bearbeitung stoppen. Das heißt, das ist unerwünscht, dass man so einen Schwanz von Epsilon-Übergängen am Ende hat, der uneindeutige Akzeptanz-Eigenschaften hat. Auch da muss man eine Umformung machen im Automaten, sodass man diese Art von Zustandsdiagramm ausschaltet. Und das geht, ohne dass man die Sprache verändert und ohne dass man nicht deterministisch wird, also innerhalb von DPDAs. Okay, beide diese Umformungen werde ich Ihnen nicht im Detail zeigen, wenn Sie es sehen wollen. Dann finden Sie das auch hier wieder im Lehrbuch von Sipser, das ich Ihnen empfohlen hatte. In Abschnitt 24 in dem Fall kann man das nachlesen. Da steht die genaue Konstruktion. Okay, für uns soll es aber reichen zu wissen, dass das geht. Und die Intuition, die Beweisidee ist trotzdem der Hauptgedanke und ist hoffentlich auch nachvollziehbar. Also Sie haben hoffentlich nicht allzu große Zweifel, dass das machbar ist mit diesem Kerngedanken. Okay, was bringt uns das? Jetzt wissen wir also, die deterministischen kontextfreien Sprachen sind abgeschlossen unter Komplement. Wir wissen auch, dass das nicht zutrifft auf die kontextfreien Sprachen allgemein. Und mit diesen beiden Informationen zusammen können wir jetzt kontextfreie Sprachen finden, die nicht deterministisch sind. Nämlich solche, bei denen wir wissen, dass ihr Komplement nicht mehr kontextfrei ist. Darüber hatten wir ja gesprochen. Wenn es keinen Abschluss gibt, dann gibt es auch Fälle, in denen eine kontextfreie Sprache komplementiert nicht mehr kontextfrei ist. Und dann ist sie natürlich auch nicht deterministisch kontextfrei, wenn sie nicht mehr kontextfrei ist. Und das bedeutet, dass ihr Komplement in erster Instanz auch schon nicht deterministisch kontextfrei war, denn sonst würde ja die Komplementierung uns nicht aus den kontextfreien Sprachen bringen. Und dazu hatten wir ein konkretes Beispiel und das können wir jetzt nutzen, um das gewünschte Ergebnis zu zeigen. Das sehen Sie hier auf der Folie. Also Beispiel, in Vorlesung 14 hatte ich das gezeigt. Da hatten wir die Sprachen L1 und L2 betrachtet, wobei die L1 die Wörter der Form A hoch I, B hoch I, C hoch K hat. Also ABC-Ketten, bei denen die As und die Bs in gleicher Zahl auftreten. Und L2 hatte Wörter der Form A hoch I, B hoch K, C hoch K, also ABC-Ketten, bei denen die Anzahl von Bs und Cs gleich ist. Und wir hatten dann mit einigen Umformungen und ein bisschen Reflexion festgestellt, dass die Vereinigung der Komplemente dieser beiden Sprachen nicht kontextfrei ist, aber ein nicht kontextfreies Komplement hat. Was ist diese Vereinigung? Die habe ich hier nochmal kompakt dargestellt. Das ist die Menge aller ABC-Ketten, bei denen... Ah, das ist nicht ganz korrekt, die Darstellung, das fürchte ich. Also was hier steht, ist, es sind die ABC-Ketten, bei denen entweder die Anzahl von A und Bs nicht gleich ist, oder die Anzahl von Bs und Cs nicht gleich ist. Es stimmt, dass, wenn das der Fall ist, natürlich das Wort nicht in L1 liegen würde oder nicht in L2 liegen würde. Das heißt, auch garantiert in der Vereinigung der Komplemente. Es gibt aber hier noch etwas, das fehlt. Es gibt nämlich natürlich noch einen zweiten Anteil, eine andere Möglichkeit, wie man weder in L1 noch in L2 liegen könnte, ist, dass die Kette, die da vorliegt, überhaupt nicht diese ABC-Folge darstellt. Also wenn ein B auf ein C folgt oder ein A auf ein B oder ein C folgt, dann haben wir auch ein Wort, was nicht in L1 liegt und auch nicht in L2 und also auch in der Vereinigung von nicht L1 und nicht L2 zu finden ist. Das heißt, das müsste hier noch dahinter geschrieben werden, dass es noch eine weitere Teilmenge von Wörtern gibt, die man hier in dieser Vereinigung findet. In Vorlesung 14 hatte ich das auch schön erklärt mit den fünf Eigenschaften, die diese Sprache, die Wörter dieser Sprache hier auszeichnen können und hatte da eine Vereinigung konstruiert. Hier habe ich es vergessen. Ich reiche das nach in den Folien, die ich Ihnen verlinke. Da werde ich die Darstellung hier vervollständigen, damit es dann dort wenigstens korrekt ist, wenn es schon hier im Video nicht stimmt. Okay, wir wissen aber aus Vorlesung 14, dass eben das Komplement dieser Sprache nicht kontextfrei ist und das bedeutet auch, dass diese Sprache nicht deterministisch kontextfrei ist, denn wenn sie deterministisch kontextfrei wäre, dann wäre ihr Komplement ja ebenfalls deterministisch kontextfrei und also kontextfrei. Widerspruch, ja. Okay, also ist das ein Beispiel für eine nicht deterministisch kontextfreie Sprache und Sie können jetzt auch überlegen, was hier der Grund sein könnte, warum man das nicht deterministisch erkennen kann. Also wieso die Sprache sich so seltsam verhält, dass man keinen deterministischen Algorithmus findet, um zu entscheiden, ob man im Komplement dieser Sprache wirklich liegt. Und, na gut, Sie wissen, dass das Komplement dieser Sprache ja nichts weiter als der Schnitt der beiden Sprachen L1 und L2 ist. Also, das heißt, das kommt nach dem Morgan raus und diese war also die nicht kontextfreie Sprache, pardon, und jetzt wollen wir argumentieren, dass die Sprache, wie sie hier steht, nicht deterministisch ist. Und der Grund dafür ist natürlich, dass wir hier dieses Oder haben. Wir wissen im Prinzip nicht, welcher der beiden Fälle eintritt. Wir haben aber nur einen Stack und das heißt, wir können nicht beide Fälle prüfen. Entweder wir sammeln die Zahl der A's und vergleichen sie mit den B's, dann können wir feststellen, dass I ungleich J ist. Oder wir sammeln die B's und vergleichen sie später mit den C's, dann können wir feststellen, dass J ungleich K ist. Aber wenn wir schon die A's und die B's verglichen haben, dann ist unser Stack leer an dieser Stelle und wir wissen nicht mehr, wie viele B's wir gelesen haben, um den zweiten Vergleich durchzuführen. Das heißt, das ist im Prinzip die intuitive Problematik, die man hier hätte, wenn man den Kellerautomaten konstruieren möchte, der das deterministisch macht. Nicht deterministisch ist natürlich ganz einfach. Man entscheidet einfach nicht deterministisch, welchen der beiden Tests man durchführen will und kann auf diese Art dann garantiert das Richtige machen. Und das wird auch sich nicht wesentlich ändern, wenn man noch die fehlende Bedingung hier hinzufügt. Das ist dann einfach nur noch ein weiterer Test, den man immer nebenbei mitmachen kann. Das ist also nicht der Grund für den Nicht-Determinismus. Gut, das beweist den Satz. Wir wissen, dass deterministisch-kontextfrei eine Sonderform von kontextfrei ist und weil eine Sprache zumindest nicht deterministisch-kontextfrei ist, wissen wir auch, dass es eine echte Untermenge ist. Es ist natürlich nicht die einzige Sprache, die hier ein Gegenbeispiel darstellt. Es gibt viele nicht-deterministische Sprachen. Zum Beispiel auch die Sprache der gradzahligen Palindrome, für die ich Ihnen vorher schon einen Automaten gezeigt hatte. Die ist ebenfalls nicht-deterministisch. Also auch da hat unsere Intuition gestimmt, dass es irgendwie nicht möglich ist, die Mitte des Wortes zu erkennen. Man kann sie nur raten. Und deshalb ist es schwierig oder unmöglich, das mit einem deterministischen Automaten zu lösen. Wenn Sie dafür einen Beweis sehen wollen, dürfen Sie gern beim Kollegen Bader mal nachschauen. Ich hatte das Skript, denke ich, in meinen Einführungsvorlesungen mit verlinkt. Schauen Sie mal, ob Sie es online finden, wenn Sie diesen Beweis sehen wollen. Da stand ja auch mal im Detail drin, ein direkter Beweis dafür, dass das nicht-deterministisch ist. Das kann man also natürlich auch zeigen. Okay. Und es gibt viele andere Sprachen, die auch nicht-deterministisch-kontextfrei sind. Okay. Gut. Damit sind wir schon am Ende dieses Videos. Wir haben also gelernt, was deterministisch-kontextfreie Sprachen sind und wie man sie mit deterministischen Kellerautomaten erkennen kann. Und damit noch eine Sprachklasse kennengelernt, die also in der Chomsky-Hierarchie in gewisser Weise zwischen den kontextfreien und den regulären Sprachen liegt. Das ist also eine kleinere Klasse als die kontextfreien im Ganzen, aber sie ist immer noch größer als die regulären Sprachen und hat auch ihre Berechtigung. Das wollen wir beim nächsten Mal uns anschauen, wenn wir uns überlegen, wozu deterministisch-kontextfreie Sprachen gut sind, was man mit denen machen kann. Da kommt auch ein bisschen Compiler-Bau mit rein, wo das ganz interessante Anwendungen hat. Dann gibt es noch ein bisschen was zu sagen zum Thema kontextfreie Grammatiken und ihre Berechnungsprobleme. Und dann sind wir schon fertig mit den kontextfreien Grammatiken und können uns die Typ-1-Sprachen und die Typ-0-Sprachen näher anschauen und da entsprechende Berechnungsmodelle ansehen. Und dann sind wir schon durch mit Sprachen und Automaten. Und es kann noch eine kleine, kürzere Videoreihe zum Thema formale Logik anschließen, die auch noch in diesem Kurs mit hineingehört. Das war es von mir von heute. Für mir, von mir für heute. Sie sehen, meine Sprache ist auch schon am Ende und es wird Zeit, das Video hier zu beenden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute. Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.